Ernst Kuzora war ein deutscher Fußballspieler. Kuzora spielte in den 1920er bis 1940er Jahren für den FC Schalke 04 und wurde mit der Mannschaft sechsmal deutscher Meister und einmal Chama-Pokalsieger. Zusammen mit seinem Schwager Fritz Zepan schuf er den sogenannten Schalker Kreisel. 1950 beendete er mit 45 Jahren seine aktive Laufbahn als Spieler. Leben Kuzora, Sohn des aus Masuren stammenden Bergmanns Karl Kuzora und seiner Frau Bertha, arbeitete nach seiner Schulzeit zunächst auf der Zeche Consolidation, bis er sich ab Mitte der 1920er Jahre ganz auf den Fußball konzentrierte. 1926 stieg der Klub in die damals höchste westdeutsche Spielklasse auf. Ein Jahr später schaffte Clemens, wie seine Kameraden Kuzora riefen, den Sprung in die Nationalmannschaft und spielte beim 2 zu 2 gegen die Niederlande auf der halblinken Position. 1928 war der Stürmer bei den Olympischen Spielen Amsterdam dabei, kam jedoch nicht zum Einsatz. 1930 wurde seine internationale Karriere aufgrund einer Sperre gegen die Schalker Spiele für ein Jahr unterbrochen. Kuzora hätte damals für 1000 Mark im Monat als Profi in Wien spielen können, hielt jedoch Schalke die Treue. 1930 machte sich Kuzora durch zwei Länderspiele in ganz Deutschland einen Namen. Zum 5 zu 0 Sieg über die Schweiz steuerte er drei Tore bei. Das sich anschließende sensationelle 3 zu 3 im Mutterland des Fußballs gegen England war für ihn eines der prägenden Ereignisse seiner internationalen Karriere. Die Ära Schalke begann 1933, als der Verein erstmals ein Endspiel um die deutsche Meisterschaft erreichte. Allerdings mit 0 zu 3 gegen Fortuna Düsseldorf unterlag. Ein Jahr später glückte den Königsblauen ein 2 zu 1 gegen den favorisierten 1. FC Nürnberg. In dieser Begegnung hielt Kuzora trotz eines Leistenbruchs durch erzielte Kuz vor Abpfiff den Schalker Siegtreffer. Brach zusammen und wurde zur lebenden Legende. In den nächsten zehn Jahren jagte ein Erfolg den anderen. 1935 deutscher Meister, 1937 Meister und Pokalsieger, 1939 zum Vierge. Ein Jahr zuvor hatte Kuzora gegen Ungarn sein zwölftes und letztes Länderspiel bestritten. Weitere Einsätze im DFB-Trikot verhinderte Reichstrainer Otto Nerz, der mit Kuzoras Art unverblümmt seine Meinung zu sagen, nicht zurecht kam. Das Schalker Erfolgsrezept der Kreisel stellte die Gegner auch bei den Meisterschaftsspielen 1940 und 1942 vor unlösbare Probleme. Der Dresdner SC unterlad mit 1 zu 0. Im Jahr darauf verlor Schalke mit 3 zu 4 gegen den SK Rapid Wien. Bei Schalkes sechsten Titel zog Vierne Wien 1942 mit 0 zu 2 den kürzeren. 1935, 36. trainierte Kuzora den heutigen Schalker Erzrivalen Borussia Dortmund. Er vertrat dabei den offiziell ersten professionellen Trainer Fritz Thelen. Ebenfalls ein ehemaliger Spieler des FC Schalke 04 und eine Schwager Kuzoras. Zur damaligen Zeit gab es die Rivalität zwischen beiden Clubs noch nicht im heutigen Maße und Kuzora selbst hatte verwandtschaftliche und freundschaftliche Beziehungen in das Dortmunder Bursigplatzviertel. Von 1942 bis 1946 trainierte Kuzora die SPVGG R. Mschwig. Er erreichte mit ihr die Gauliga, die damals höchste deutsche Spielklasse. Von Juni 1949 bis 1951 trainierte der zwölfmalige Nationalspieler Borussia Hückelhofen eine Mannschaft in der Rheinbezirksliga. Trotz seines Trainerscheins nannte sich das Schalker Idol lediglich Berater. Ein letztes Mal nahm Kuzora in der Saison 1969 70. als Trainer auf der Schalker Bank Platz. Er fungierte als Strohmann für Slobodan Zendik, der Rudi Gutendorf abgelöst hatte, aber noch keine DFB-Lizenz besaß. Sowohl Kuzora, der gleichermaßen genialer Spieler wie vorbildlicher Kämpfer war, als auch sein Vereinskamerad und Schwager Fritz Zepan hatten Mitte der 1940er Jahre den Zenit ihres Könnens überschritten. Sie halfen nach Ende des Zweiten Weltkriegs noch beim Neuaufbau der Schalker Mannschaft in der westdeutschen Oberliga. Kuzora war noch bis Ende 1948 aktiv und nahm zwei Jahre später gemeinsam mit Fritz Zepan mit einem Spiel gegen Atletico Minero in der Schalker. Glück auf Kampf waren offiziell Abschied. Am 19. April 1971 wurde Kuzora in der Wehrzeit mit der Kritik zitiert. Das 0 zu 1 der Schalker am vorangegangenen Samstag gegen Arminia Bielefeld sei eine schwache Schalker Vorstellung und ferner keine 18 Deutsche Mark für die Tribünenkarte wert gewesen. Später stellte sich heraus, dass eben dieses Spielergebnis für ein 100.000 Deutsche Mark Bestechungsgeld gekauft worden war. Ein Schlüsselereignis im sogenannten Bundesliga-Skandal. 1980 wurde Ernst Kuzora mit dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet und 1985 zum Ehrenbürger von Gelsenkirchen ernannt. Er starb am Neujahrstag 1990 in Gelsenkirchen mit 84 Jahren. Nachleben Eine starke Diskussion entstand dazu in den 1990er Jahren, als vermehrt Stimmen zu einer Umbenennung des Kuzora-Platzes und einer Aberkennung der Gelsenkirchener Ehrenbürgerschaft aufkamen, da Ernst Kuzora zusammen mit seinen Mitspielern Fritz Zepan und Hans Bornmann am 1. Mai 1937 in die NSDAP eingetreten war. Die diskutierten Maßnahmen wurden jedoch nie vollzogen, der Name des Platzes wurde nicht geändert. Nach heutiger Einschätzung dürfte es für einen populären Spieler wie Kuzora schwer gewesen sein, sich Vereinnahmungsversuchen durch die damalige Politik zu widersetzen. Zeitzeugen beschrieben ihn grundsätzlich als unpolitischen Menschen. In einzelnen Fällen kritisierte er jedoch offen die nationalsozialistische Sportpolitik. Als im Endspiel um die deutsche Meisterschaft 1941 Schalke 04 gegen den SK Rapid Wien nach einem 3 zu 0 Vorsprung noch mit 3 zu 4 unterlag, vermutete er eine Manipulation. In Richtung des Reichssportführers Hans von Schammer und Osten äußerte er den Verdacht, dass wir hier verloren haben, war Politik kein Sport. Antisemitische Einstellungen Kuzoras sind nicht bekannt. Er besorgte auch für die Kinder jüdischer Kunden seines Tabakgeschäftes Eintrittskarten, als ihnen der Besuch von Sportveranstaltungen bereits verboten war. Verschiedenes Laut einer durch die Bild-Zeitung in die Welt gesetzten Legende wollte der damalige Vereinspräsident des FC Schalke 04, Günther Eichberg, der aus einem Auslandsurlaub nicht rechtzeitig zur Beerdigung erschienen war, unbedingt auf dem offiziellen Foto der Beisetzung zu sehen sein. Weswegen nach der Beisetzung Kuzoras der Trauerzug und die Kranzniederlegung ein zweites Mal durchgeführt worden sein sollen. Eichberg selber gibt an, dass er lediglich von der Presse zu einem nachgeholten Foto zusammen mit dem Gelsenkirchener Oberbürgermeister und dem damaligen Schalke-Vizepräsidenten an Kuzoras frischem Grab bewogen wurde. Darüber hinaus hat es keine weiteren Aktionen gegeben. Ein Bonnmut zu Ernst Kuzora wird dem ehemaligen Bundespräsidenten Johannes Rau zugeschrieben. Auf die Frage, ob Fußballstadien nicht auch einmal nach Frauen benannt werden sollten, soll er geantwortet haben. Und wie sollen wir das denn nennen? Ernst Kuzora ist einer der Spieler, die in ihrer Karriere nur für einen Klub gespielt haben. Der jüdische Geschäftsmann Leo Sauer finanzierte Kuzora Anfang der 1930er Jahre den Führerschein und stellte ihn als Fahrer ein, damit er nicht mehr in einem Bergwerk arbeiten musste. der jüdische Geschäftsmann Feeling Maria Maria Jüdische und